Was war ein tolles Gefühl, hier zu sein zu dürfen? Es hat Spaß gemacht, auf dem Trainingsplatz zu stehen, die Spieler kennenzulernen, mit den Spielern zu kicken. Es hat einen sehr guten Eindruck gemacht, einen schönen Fußball gespielt auf dem Platz. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate. Was haben Sie für den DfB? Ich kannte Danilo jetzt schon. Der hat mit mir ein halbes Jahr gespielt. Den einen oder anderen kennt man auch noch vom DfB. Was haben Sie für den DfB? Wir hatten öfters mal Kontakt, schon letztes Jahr und vor zwei Jahren, als er noch nicht Trainer war. Dann kam der Kontakt entstanden. Das ist ein Grund, dass ich auch hierher gekommen bin. Wir haben uns herzlich begrüßt, nachdem wir uns lange mal wieder gesehen haben. Ich habe schon ein bisschen nachgelesen gehabt. Ich weiß, dass es ein sehr schönes Stadion hier ist, mit tollen Fans auch. Der Verein spielt einen guten Fußball auf jeden Fall und ich freue mich. Ich glaube, das gehört dazu zur Vorbereitung, harter Arbeit und dass wir uns da gut auf die Spiele vorbereiten. Ich glaube, im Trainingslager ist es gut, dass man mal wegkommt vom gewohnten Umfeld, dass man auch etwas Neues sieht und dass man mit der Mannschaft eng zusammen ist. Ich glaube, die anderen können mich besser beurteilen als ich selbst. Aber ich glaube, dass ich ein Spieler bin, der viel über die Mentalität kommt und immer gewinnen will. Verlieren mag ich nicht. Auf jeden Fall zur Spielzeit zu kommen und mich weiterentwickeln und natürlich der Mannschaft damit zu helfen, dass wir mit der Mannschaft positive Erlebnisse einfahren und den Fans das zeigen können. mit der Mannschaft selbst aus dem Vouchen mit der Mannschaft Vielen Dank.